Ein gebrauchter Mazda CX-5 ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 29.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Xenonscheinwerfer, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017